Diablo 4 wird einige Dinge beinhalten, die nicht jedem gefallen werden und deshalb werden wir in diesem Video auf genau diese Dinge eingehen, um da vielleicht ein bisschen Klarheit in die Sache zu bringen. Es handelt sich dabei zum einen um das Always-On-Feature, um den Battle Pass, um die Shared World und um den In-Game-Shop. Der Elefant im Raum für viele ist mit Sicherheit der Always-Online-Zwang und den gibt es bei Diablo 4. Das bedeutet, ihr müsst tatsächlich immer online sein, wenn ihr Diablo 4 spielen wollt. Das ist in meinen Augen ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Natürlich kann man sagen, dass es mittlerweile kaum noch zeitgemäß ist, dass Konsolen bzw. im PC nicht am Internet hängen, aber man kann eben auch nicht davon ausgehen, dass es bei jedem so ist. Und die Leute, die eben nicht durchgängig ihre Konsole oder ihren PC am Internet hängen haben, schauen dann bei Diablo 4 in die Röhre, weil man das Spiel eben nicht offline spielen kann. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man da vielleicht einen etwas anderen Weg einschlägt und wieder Online- bzw. Offline-Charaktere anbietet, dass die Leute, die eben nicht ihr Gerät die ganze Zeit am Internet hängen haben, zumindest offline mit ihrem Offline-Charakter in Ruhe die Kampagne spielen können. Aber das wird bei Diablo 4 nicht der Fall sein und das hat wahrscheinlich auch einen ganz einfachen Grund, nämlich die Shared World. Shared World bedeutet im Endeffekt, dass ihr mit einer gewissen Anzahl an Spielern in einer Instanz gemeinsam das Spiel erlebt. Das bedeutet nicht, dass ihr unbedingt zusammen spielen müsst, aber ihr könnt eben die anderen Spieler sehen und diese laufen auch in eurer Welt umher. Auch wieder ein eher fragwürdiges Feature. Ich persönlich finde es irgendwie ganz cool. Es erinnert ja auch so ein bisschen an beliebige MMOs, sage ich mal, oder auch Spiele wie Destiny zum Beispiel, in der wir eben auch in einer Shared World unterwegs sind und somit auch andere Spieler sehen. Mich persönlich stört es jetzt nicht allzu sehr, wenn da eben auch andere Spieler rumlaufen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele das Ganze nicht so geil finden, wenn da eben auf einmal irgendein Hoshi bei euch durchs Bild rennt und ihr eigentlich nur die Atmosphäre und das Spiel alleine für euch genießen wollt. Da wir es nun aber mittlerweile bei Diablo 4 mit einer Open World zu tun haben, die habe ich euch übrigens auch hier auf dem Kanal schon in einem Video erklärt, also da wir es mit einer Open World zu tun haben, in der eben auch gewisse Events, die man so eher aus MMOs kennt, stattfinden, wie zum Beispiel Weltbosse, für die ihr gezwungenermaßen in der Regel eine Gruppe braucht, macht die Shared World gameplaytechnisch auf jeden Fall irgendwo Sinn. Im Spiel bedeutet das, dass ihr jederzeit bei Quests oder auch bei Weltbossen oder Events Hilfe von anderen Spielern bekommen könnt oder eben auch anderen Spielern helfen könnt und danach geht jeder wieder seiner Wege. Natürlich ist es auch in Diablo 4 möglich, wie in den Vorgängern ganz normal eine Party zu bilden und wirklich gemeinsam in der Gruppe zu spielen, aber diese On-the-Fly-Begegnungen sind nun eben jederzeit möglich. Zum Glück könnt ihr allerdings die Kampagne, also die Kampagnen-Missionen im privaten Modus spielen. Diese sind auch so konzipiert, dass man sie als Singleplayer spielt und somit auch die Geschichte in Ruhe erleben kann. Natürlich könnt ihr auch hier wieder Freunde dazu einladen, aber in den instanzierten Kampagnen-Bereichen könnt ihr ebenso privat und damit auch alleine unterwegs sein. Nun kommt aber der kleine Haken an dieser Sache, denn ihr seid nur im privaten Modus in einer bestimmten Gegend unterwegs, solange bis ihr in der Kampagne fortgeschritten seid. Habt ihr den Kampagnen-Part in dieser Gegend erfolgreich gemeistert, wird die Gegend geöffnet und somit free for all. Das heißt, wenn ihr in einer bestimmten Area eure Kampagnen-Missionen erledigt habt, wird diese danach wieder zur Shared World und euch werden andere Spieler über den Weg laufen. In den Städten, also in den Social Hubs, werdet ihr sowieso immer andere Spieler sehen. Das heißt, wenn ihr am Einkaufen seid, sind da eben auch andere Spieler, die einkaufen und vielleicht auch nach Gruppen suchen. Ein weiteres kontroverses Thema ist der In-Game-Shop. Da sich Diablo 4 als Live-Service-Game versteht, war davon auszugehen, dass es eben auch so einen In-Game-Shop geben wird und den gibt es tatsächlich auch. Aber vielleicht ist der nicht ganz so schlimm, wie es auf dem ersten Blick aussieht. Im Shop soll es nämlich nach aktuellem Stand nur rein kosmetische Gegenstände zu kaufen geben. Also letzten Endes Transmogs, so wie man sie zum Beispiel aus World of Warcraft kennt. Das können also Skins sein für Ausrüstung oder Waffen oder irgendwelche Farben für eure Rüstung etc. Gegenstände, die auf direkte oder indirekte Weise euren Spielfortschritt beschleunigen können, soll es hingegen im Shop nicht geben. Das heißt, typische Pay-to-Win-Mechaniken, wie man sie zum Beispiel noch aus Diablo Immortal kennt, wird es in Diablo 4 Stand heute im Shop nicht zu kaufen geben, sondern eben nur optische Goodies. Wo wir gerade bei Extrakosten sind. Es wird in Diablo 4 auch wie in Diablo 3 schon Seasons geben, allerdings sind diese Seasons dieses Mal auch an einem Battle Pass gekoppelt. Neue Seasons wird es alle drei Monate geben, also können wir davon ausgehen, dass es auch alle drei Monate einen kostenpflichtigen Battle Pass geben wird, so wie man es zum Beispiel aus Call of Duty kennt. Es wird zum einen eine kostenlose Variante des Battle Pass geben, die jeder spielen kann ohne zusätzliche Kosten. Allerdings wird es eben auch einen Bezahl-Battle Pass geben. Auch hier gilt wieder dasselbe wie im Shop. Über dem Battle Pass soll es nur zusätzlich kosmetische Gegenstände geben, aber keinerlei spielerischen Vorteile wie zum Beispiel Erfahrungspunkte Boosts oder ähnliches. Solche Dinge wird es nur im kostenlosen Battle Pass, also für alle erhältlich geben. Wenn ihr also zusätzlich Geld ausgeben wollt, der Battle Pass wird wahrscheinlich so roundabout 20 Euro kosten, dann erhaltet ihr dafür nur kosmetische Items, also neues Aussehen für Rüstung und Waffen. Dann noch Premium-Währung für den Shop, in dem ihr auch wiederum nur kosmetische Dinge kaufen könnt. Diese Premium-Währung wird es aber auch im kostenlosen Premium-Pass geben und zu guter Letzt gibt es noch Erfahrungsbooster, diese aber nur im kostenlosen Pass, das heißt auch hier wieder kein Pay-to-Win. Es wird zwar möglich sein, so wie man es eben auch aus dem Shooter-Genre, siehe COD etc. kennt, Stufen aufsteigen zu können, indem man dafür Premium-Währung bezahlt. Allerdings könnt ihr so nicht die Season- bzw. Erfahrungspunkte Boosts freischalten, für diese benötigt ihr nämlich zusätzliche Level-Meilensteine, die ihr nur durch Spielen bekommt. Also unterm Strich ist der Battle Pass tatsächlich komplett optional, jedenfalls der bezahlbare. Der kostenlose, den habt ihr sowieso dabei, der Bezahl-Battle Pass ist komplett optional und nur für Leute, die scharf auf optische Goodies sind. Genauso sieht es, Stand heute jedenfalls, mit dem In-Game-Shop aus, in dem ihr auch nur Cosmetics werdet erwerben können. Also beides nicht unbedingt der supergroße Aufreger, da eben nicht Pay-to-Win. Anders sieht es da schon mit dem Always-On und dem Shared-World-Feature aus, da man diese eben aufgezwungen bekommt und nicht jedermann Bock darauf hat, in seinem Spiel anderen Spielern zu begegnen. Beziehungsweise ein Endgerät zu Hause stehen hat, das durchgehend mit dem Internet verbunden ist. Was ist eure Meinung zu diesen Themen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Reingehauen.